Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich habe jetzt die Runden sehr viel Blödsinn gemacht, sehr viel Blödsinn erzählt. Und jetzt bin ich immer noch kurz übel, 14 Sekunden lang. Und wir haben heute sehr stabil sechs Zuschauer. Danke, Leute. Ist nicht sehr stabil. Teilweise sieben. Okay. Okay. Das war gut heute. Heute ist wieder auch letzter Tag. Also Sonntag. Heute ist Jadetag. Wenn die Folge rauskommt. Nein, ich gehe jetzt nicht runter. Ich esse zuerst Käse. Bevor ich den Blödsinn wieder mache. So. Äh, Treppen. Wo sind die? Hier. Das ist wieder das Spinnending. So, jetzt aufpassen. Ich will nicht wieder sterben. Ich hoffe, ich schaffe das in der Zeit. Mann, hör auf zu fliegen. Okay, Cola. Okay, gleich Käse essen. Okay, Käse essen. Okay, diesmal sterbe ich nicht. Diesmal bin ich nicht so dumm. Sagt er, bevor er gestorben ist. Oder wieder ohnmächtig. Ich habe wieder so ein Mr. Kui-Kristall bekommen. Ich will hier irgendwas Tolles rausziehen. Ja, wie die Spinne die ganze Zeit rumspringt. Ich drehe durch. Ich war hier schon mal. So, komm. Ähm, irgendwo die letzte Spinne. Okay. Das sind die letzten. Nein, 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 nein. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Uiuiui. Okay. Aber ich schaffe diese Schicht jetzt endlich. So. Du noch. Toll. Ich habe nichts Cooles bekommen. Okay. Jetzt kommen Skelette. Ah, hier war das mit den Magiern. Okay. 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 Wie weit schaffen wir es? Okay. Schön. Genau hier noch. Was war das? 95? Okay. Wieder einiges an Geld. Wie viel Geld mich das jetzt gekostet hat eigentlich, das Sterben. Die ganze Zeit. Aber jetzt haben wir gleich die Mission geschafft. Ich beende das jetzt. Papagei. Schnabelbärt. Los geht's. Beenden. Wie viel habe ich noch? 27. Sollte reichen. Käse wird kritisch. Das will ich noch abschließen. Und das Zeug gleich kaufen auf der Insel. 90. Oh, das ist noch weit. Also das hätte ich... Okay, das hätte ich mir sparen können. Ja, so wird es noch länger dauern. Die sind hier alle gleich auf mich schießen. Oh, da sind die Mondgesichter. Da ist eine Treppe. Autsch. Tschau. Düstermann. Nein. So nicht. Ja, links, rechts, links, rechts. Spannend, ne? So. Okay, Treppe. Ich beende das jetzt. 20 war ja das Ende, oder? Das nehme ich noch mit. Hi, Mr. Düstermann. Autsch. Okay, hat mich nicht mal getroffen. Okay. Ciao. Ich will runter. Rot. Hä? War das damals auch so rot? Rot. Ich habe das alles nicht mehr in Erinnerung. Okay. Cool. Gleich Treppe. Okay, das nehme ich mit. Äh, Treppe. Okay. Könne ich mir. Äh, da. Geschafft. Okay. Es gibt eine Nachricht von Herrn Mr. Kui. Ich habe diese Schrein vorübergehend deaktiviert. Komm morgen wieder. Komm morgen wieder. Das heißt, ich muss morgen wieder auf die letzte Stufe gehen, um das wieder zu aktivieren. Es gibt eine Nachricht von Herrn Kui. Ja, okay. Es gibt eine Nachricht von Herrn Kui. Es gibt eine Nachricht von Herrn Kui. Verlassen. Dann zu Mr. Kui. Schaffen wir das noch 10 Uhr? Ja, easy. Ah, schön. Wieder mal was abgeschlossen. Aber was kaufe ich jetzt? Das habe ich nur 50, glaube ich, oder? Kriege ich dafür. Dafür. Hm. Ach, der Bürgermeister hier. Mit dem geht es ja auch bergab. Schlimm. Okay. Ob es vielleicht neue Missionen gibt bei Mr. Kui? Könnte ja auch sein. Nach dem Update. Haben sie da was gesagt? Hallo, Leute. Schön, euch zu sehen. Er sieht ja cool aus mit der Brille. Und dem Z. Für Zorro. Ich schaue mal ganz kurz hier rüber. Zu Mr. Kui. Ja, hier ist alles. Traumata. Von der Mission. Und wie die Pflanzen hier alles zerstören mit der Zeit. Oh, ein Schleimei. Schaue ich noch. Vielleicht kriege ich eins. Mr. Kui? Arbeite immer hart und vielleicht wirst du eines Tages so wie ich sein. Blau? Okay. Was gönnen wir uns? Hm, Hopper. Verlorene Lagerliste. Den Schlüssel zur Stadt hätte ich auch gerne. Mr. Kui Hut. Das Gras hier. Das kostet 40. Und das kostet auch das Zeug da. Ja, lohnt sich fast nicht. Ich brauche mehr von den Bäumen. Hm. Was ist das? Mini. Ja. Ein Hopper. Er wäre gut. Aber ich bräuchte so etwas, was dann auch wieder rausnimmt. Das wäre toll. Oder macht das das? Ja. Weiß ich gerade nicht mehr. Wie war denn das nochmal mit den Hopper? Oder das wäre auch gut. Dann könnte ich mehr von dem blauen Zeug sammeln. Also von dem Baumshaft. Hm. Pferdeflöte. Ja. Das zum Teleportieren von hin und her. Brauche ich so nicht. Ich glaube, der Hopper ist, glaube ich, das Klügste, was ich jetzt machen könnte. Der Rest. Ja, blaues Gras. Muss ich die nächste Mission machen. Bis ich genug Bäume habe, wo ich das Zeug abernten kann. Dann bräuchte ich aber das hier noch. Der kostet 50, ne? Da könnte ich einen schon bauen. Aber was fange ich mit dem am besten an? Ja, ich nehme den. So. Habe ich getan. Sieben. Kriege ich denn für fünf das hier? Pilsch. Okay. Neue Mission. Mr. Dann habe ich jetzt den Hopper. Dann werde ich jetzt gleich bauen. Wenn ich hier ein Schleimei kriege. Gebt mir ein Schleimei. Mist. Kein Schleimei. Schade, schade. Okay, hier. Dann. Bye-bye zusammen. Mist. Bye-bye. War ja. Gute Nacht. Okay, ich habe das vergeigt, ne? Nochmal. Dann. 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 Ich habe zweimal gedrückt. Okay, ciao. Dann wage gute Nacht und genieß die Woche. Die kommende. Und bleib gesund und so. Ganz wichtig, ne? Aha, komm. Mich ärgert es wieder, dass ich das nicht schaffe. Irgendwann schaffe ich das. Garantiert. Zu 1000%. Fasern brauche ich auch noch für den komischen Schrein. 18 Stück. Kriege ich das voll? Wie viel kriege ich hier? Okay. Sind hier drüben auch noch Fasern? Nö. Nicht wirklich. Bei 800. Wie viel habe ich? Ja, nur 50. Sowas. Wird sich nicht ausgehen. Okay. 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 Hi, Willy. Oder habe ich schon so genug gesammelt? Ich will auch den nächsten Punkt haben. Fasern. Fasern. Gucken. Habe ich... Nö, das geht sich nicht aus. Schade. Fehlt noch. So um die 100. 120. Okay. Auch nicht schlimm. Dann... Geht's weiter. Mit Jade Farming. Heute ist Sonntag. Ich sollte noch in die Wüste. Geht sich das? 17 Uhr? Naja. Pam ist schon weg. Habe ich... Habe ich auch nicht. Okay. Kann ich so einen Hopper bauen? Dafür brauche ich... Uran. Wie viel habe ich davon? Das nehme ich mal alles. Und schmelze das ein. Genauso wie Kupfer. Hm. Okay. Und... Habe ich jetzt das Kupfer? Hier. Ah. Perfekt. Dann kann ich morgen gleich das Zeug ausprobieren. Da. Da. Kohle. Dies. Jenes. Das hier. Das gehört hier hin, glaube ich. Das. Kledermasfrügel sind hier auch. Okay. Geschafft. Ab ins Bett. Sind die noch nicht hier? Wieso sind die Tiere draußen? Wollen die nicht mehr im Haus schlafen ein? Ein wildes Schleim ist geschlüpft. Die sind jetzt alle geschlüpft. Okay. Die Schleime sind alle geschlüpft. Mal gucken. Weil jetzt sollte es hier unten langsam ein... Ah. Heute ist das Festival. Eis fischen. Habe ich ja schon gewonnen. Kurz mal hier schauen. Was? Sind im Kühlschrank auf der Party. Was? Kuhstall auf der Party. Hm. Hm. Ja, das mit dem Kuhstall muss ich dann irgendwie machen. Wie ich das hinkriege. Ich müsste da halt coole Beleuchtung bekommen. Aber gibt es ja nicht. Irgendwas krasses. Hm. Ja. Äh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte hier auffüllen. Ja. Das ist viel Geld. So. Perfekt. 35. 35. 35. Perfekt. Äh. Das gebe ich ab. Kein Platz. Äh. Der Hut gehört hier nicht rein. Zelt brauche ich hier eigentlich auch keins. Brauche ich generell nicht mehr. Hm. Hm. Okay. Passt. Und jetzt? Äh. Hm. Danke, Natina. Wo ist der Hopper? Wo bin ich jetzt? Wo habe ich denn? Ach, da. Ah. Okay. Ich kann sogar mehr. Vier Stück reichen. Äh. Wie baue ich die denn jetzt hin? Ich habe hier kaum Platz. Hm. Muss ich das hier ein bisschen ändern? Also vier. Okay. 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 Gehe es dann so. Wenn ich jetzt hier Erz rein haue. Cola. Und Erz. Läuft das jetzt halt auch immer. Aber es wird halt nicht rausgenommen. Bis ich es rausnehme. Hm. Ja, dann hole ich jetzt noch ein bisschen. Ja, Mission habe ich ja abge... Dachte gerade. Obwohl heute ist... Also ich kann heute... Ich kann die Woche... Keine Mr. Queen Mission annehmen. Weil sie genau an der... Am Wochenanfang endet. Na, das war gestern. Das heißt, ich kann heute wieder... Mr. Queen Mission... Machen? Keine Ahnung. Ich hoffe es... Ich hoffe es... Ich will die Nächste... Ich will die Punkte... Ich will alles haben. Und ich will mein Schwert auch verbessern. So, hier... So. So, hier... Da ist ein spezieller Stein. Okay. Schön. Jetzt habe ich wieder einiges an Cola. 72 Cola. Das lohnt sich hier schon manchmal... Hier drauf zu gehen. Oh. Jetzt... Jetzt weiß ich, was ich mit dem Holz anfangen kann. Stimmt. Jetzt hätte ich eine Lösung für das Holzproblem. Weil ich zu viel Holz habe. Ich kann das ja jetzt zur Kohle machen. Und das automatisch. Die ganze Zeit. Hm. Wenn es in Wirklichkeit so wäre. Hm. Okay. Das hier kurz abliefern. Ich sollte hier nicht mit Dynamit in der Hand rumlaufen. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Dadurch Eisen rein. Fertig. Hier kommt Kupfer. Hier kommt Kupfer. Habe ich Gold? Gold, glaube ich, habe ich jetzt komplett verbraten. Ja. Ein Stück Gold. Das kommt hier rein. Äh. Kohle habe ich jetzt nicht. Ja, jetzt muss ich da halt jedes Mal eins rausnehmen. Auch egal. So. Steiner. Dann kann ich ja hier dabei so ein bisschen. Das nehme ich raus. Und hau das da rein. Ah, na geht ja. Ist ja das falsche. Brauche ich ja so ein Kohle. Dings da. Wo habe ich denn das? Ah, das ist ein... Das hier. Okay. Äh. Reiße ich so eins ab. Und stelle das draußen hin. Wenn ich wieder zu viel Holz habe. Habe ich das da einfach rein. Okay. Äh. Holz. Das blöde ist halt, das wird halt nicht rausgenommen. Hm. Naja. Wird alles... So, jetzt noch kurz zu den Schleimis. Ist da jetzt ein neuer Schleimi? Ein roter. Könnt ihr nicht ein bisschen Liebe machen hier? Wird mich freuen. Äh. Das zählt. Schlage ich einfach mal auf Spaß hier auf. Schön. Schade, dass das da nicht bleibt für immer. So. Das war falsch. Das wollte ich. Ich brauche den Platz. Hm, hm, hm. 35. Sollte ich alles verkaufen? Alles weg. Hm. Schleimeier sollte ich auch noch herstellen? Brauche ich noch? Brauche ich einige noch? Schleimeier... 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 ...laufen gerade nicht. Okay. Ich habe keine auf Lager. Doch zehn Stück. Auch noch grüner. Hm. Ja, dann setze ich die noch ein. Dann ist der Tag eh schon wieder um. Das Zelt sieht, das Zelt sieht schon gut aus. Hm. Wenn ich nicht reingehe, bleibt das dann? Waschbären habe ich immer noch nicht gemacht. Das könnte ich aber zu Hause. Das sind zwei Violette. Das sind noch ein paar grüner. Autsch. Oh, ich sehe es gerade. Uiuiui. Das war knapp. Ich bin so gut wie tot. Das geht. Ja, kein Problem. Sterben macht Spaß. Vor allem heute. In der Session. So oft bin ich, glaube ich, noch nie gestorben. In einer Session, oder? Ja, vielleicht in der alten Study Valley Staffel. Kann sein, dass ich da öfter gestorben bin. Mal wieder. Du wirst ja immer gerettet. Ja. Zum Glück. Sonst wäre das schlimm. Natürlich. Vollgeschleimt. Tschüss. Hi, ciao. Adios. Aber wenn ich den Schleimringler habe, wird alles besser. Da. Reiner. Alles aufgefüllt. Es ist schon 18 Uhr. Sehr gut. Dann ab ins Bett. So, wie es aussieht. Mich interessiert das. Ist das morgen noch da? Das Zelt. Wenn ich jetzt schlafen gehe. Okay. Es gibt sehr viel Geld. Ja, schön. Neunter Tag im Winter. Sechs Tage bis zu meinem Geburtstag. Und. Zelt ist nicht da. Gut, Leute. Dann war es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und hier unten in der Infobox seht ihr die Livestream-Termine. Schaut mal rein. Hau euch lieb. Ciao, ciao. Katze sagt mir.